Wer vom großen Sparpotenzial energieeffizienter Gebäude gehört hat, der möchte gleich morgen damit anfangen. Warum zögern die meisten dann doch? Da sind die vielen Menschen, mit denen man sprechen muss. Acht Fachleute haben neun Meinungen. Und dann ist da noch die Angst vor hohen Kosten. Wer schlau ist, setzt einen Bauexperten dazwischen. Der entwickelt so etwas wie einen Masterplan und kann einen Preis für das große Ganze ermitteln. Wer noch ein bisschen schlauer ist, sucht sich einen unabhängigen Handwerksberater. Und zwar einen, der nicht nur weiß, was zu tun ist, sondern auch alle Aufgaben wie bei einer großen Ausschreibung an Fachpartner in ganz Südhessen weitergibt. Hierfür erstellen die Berater der Effizienzklasse einen maßgeschneiderten Modernisierungsfahrplan, der von Anfang an auch die Kosten im Auge behält. Die werden übrigens ein ganzes Stück kleiner, wenn die hierzu passenden Fördermöglichkeiten ermittelt werden. Alle Handwerksleistungen werden jetzt in einen großen Filter mit Sortierfunktion geschüttet. Am anderen Ende der Plattform warten Partner aus allen Fachbereichen darauf, ein passendes Angebot abzugeben. Die Angebote werden dann vom Berater verständlich erklärt. Eine Entscheidung für das Richtige fällt so leichter. Fehlendes oder Überflüssiges gibt es erst gar nicht. Von diesem Modell haben alle was. Sämtliche Verbraucher sparen Energiekosten. Der Eigentümer macht sein Haus zukunftssicher. Handwerker aus der Region kommen mit neuen Kunden in Kontakt. Doch am meisten profitiert unsere Umwelt von der Energieeffizienz. Und sie wird es uns danken.